Eine gefreute Sache ist das Weingut Ramirez de la Piscina, ein Familienbetrieb, wie er im Buch steht, mit hervorragenden Rettbergen. Der Pilar, Patron, führte das mit energischer Hand, die Kinder sind dabei und sie macht nicht nur fantastische Weine, sondern sie kocht wirklich auch noch exzellent. Das ist eine spezielle Reserve, die sie nur für uns gefüllt haben. Das war eine Partie, die uns extrem gut gefallen hat beim letzten Besuch und die sie länger als die normale Reserve gelagert hat. Und ich kann Ihnen sagen, für diesen Preis ist es sehr schwierig, einen besseren Rocha zu finden. Also sie haben wirklich die ganze Arbeit geleistet. Es ist ein toller Wein, sehr voll, aber mit viel Tiefgang. Also wirklich ein klasse Rocha. Probieren Sie den, es lohnt sich. Es ist wunderbar ausgefeuert.